Endlich, 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 endlich. Was war das eigentlich für eine Challenge? Äh, hallo? So, das war jetzt Challenge... Ach, jetzt sind wir bei 9. Wo ist Nummer 9? Aber davor muss ich gleich erstmal auf Toilette. Wenn ich nochmal neu gefunden hab, oder... Ich pick mir die ersten Dosen, ist mir egal. Okay, ich bin wieder da. Wo ist 9? Wo bist du? Ich suche Nummer 9. Hä? Ich bin fertig, ich bin durchgekommen. Du willst mich verarschen. Nein. Was ist denn nochmal? Ich suche Nummer 9, hab ich gesagt. Und ich mache schon. Oder geht das bloß bis Nummer 9? Äh, bis 8. Andreas. Wart mal. Oh man, achso. Ich glaube, das geht bloß bis zu einer, äh, 8, oder? Wart mal. Hey, wo für das Dank? Ich guck mal, hier ganz kurz. Warte mal. Warte mal. Hey, wo für das Dank? Ich guck mal, hier ganz kurz. Ah, sind wir noch nicht fertig, oder? Ja, das ist Frage, ich will ja fragen, wo der Anfang ist, Freund. Ja, ich gucke eben. Hatten wir das Eisenhaus schon? Andreas, wo ist der Startpunkt? Ja. Wo bist du denn? Wo du bist? Ja, beim Startpunkt halt. Ja, deswegen sollst du ja zu mir kommen und mich da hinführen. Ähm, wo bist du denn? Ich guck mal. Warte, ich guck ganz kurz. Ach, hier. Falsch. doch richtig danke welche Fackeln leuchten noch nicht ne da vorne war der genau ja hier war doch die war nur die ach da hinten war die um zune 3 können wir nicht machen also wir mit abgärts ja dann gehen wir zu b nun in aber ich habe schon den Zuschauern gesagt ich muss erst auf Toilette gleich für Wurzeln geht zu von der B sie gern wissen wozu mit dem ist ja da wo wir eben waren da wo der Kran ist und so achso ok ok wieviel Folgen haben wir bei A verbracht keine Ahnung ich glaube 32 oder so äh Quatsch äh 4 und 3 20 oder so Challenge 1 wo steht die denn wir müssen hier dann glaube ich guck mal ne ich glaub nicht doch zu Challenge 9 9? achso ich dachte hier wer wieder mit 1 Challenge 14 Challenge ähm hier landen muss man zu Challenge 9 wo? warte mal Spawn B Challenge 15 Challenge 9 ach hier habs ich hab bin bei Challenge 10 gerade ja da bist du ach da bist du ok warte eben noch nicht machen darf ich die Schallplatte wenigstens reintun ja aber noch nicht ok äh gut leute bis gleich so da sind wir wieder da willst du die Schallplatte raustun? da war die Schallplatte drin hä warte mal Stage 9 hä ich bin bei 1 unten ist 1 ja oh oh das ist sowas hier da sind aber auf du geile Hüpfnudel Andreas ahaha 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 du willst mich verarschen oder? nein ich hab gesagt lauf du geile Hüpfnudel ja wieso schlägst du mich denn hoch hoch also runter weil ohne toll macht das kein Spaß doch du kannst ja auch rennen nein du kannst ja auch rennen nein wow ich darf mich dort hochschieben nein darfst du gar nicht darf ich weil ich es geschafft hab übrigens das ist die CDF von also bei äh hier wie heißt es jetzt äh Minecraft du musst bloß an den Enden anhalten anhalten hast du den Checkpoint hier geöffnet? ach du hast den Checkpoint? ja hab kannst du mal warten ja kann ich den Checkpoint geöffnet ja ja mama oh schon wieder geschafft alter alter diese krass du bist so ein Arschloch ne? oh nein ich meine ich spiel mit Render Distance Short mit wie viel FPS mit wie viel FPS? toll 16 gar nichts hast du gemacht gar nichts hast du gemacht ich hab nichts gemacht du wolltest mich runter schlagen ja ich hab meine Gründe selbst wenn ich runter gucke habe ich 15 FPS Julian was voll geil wie du mich hier wegschlägst komm her ich bin der weiße Hai versage versage oh ich hab versagt danke alter wartest du nö ok nicht teleportieren ich warte gut jetzt kann es dauern weil du hast mich unter Druck gesetzt und jetzt versage ich ständig ja ja ich mach die aber noch eben zu ok ich wollte grad sagen ich mach die noch eben so weit wie ich komme weil ich schon angefangen hatte gut dann fängst du halt gleich von vorne an wow ok ok schon wieder ah da unten ist ne Kiste alter hast du mir die Kiste das war ausgeräumt oder nein nein da war ein Diamant drin oh danke oh du mieser Huchen so hey ok ich sag zu dir nur du und du ok ist gut du übertreibst du wieder was du schlägst mich ein paar Mal ich sag mal würdest mich verarschen ist jetzt mal gut Fimberbrause oh ja oh ja ich bin stärker mit der Hand als mit dem Diamantschwert ok 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 man ist jetzt gut nein alter wenn ich anfangen mit zu springen darfst du mich nicht mal runterschlagen bei mir ist das was anderes Alter. Ich hab doch kurz gesagt, bei mir ist was anderes. Nein. Ah, nein. Hör jetzt auf, Mann. Danke. Du darfst mich nicht schlagen. Nee, du mich auch nicht. Hörst mir nicht zu, wenn ich rede? Du mich auch nicht. Ich darf dich schlagen. Nein. Natürlich. Du darfst mich auch schlagen. Fick dich. Ich kick dich jetzt. Geh aus dem Crate-Modus raus. Geh aus dem Crate-Modus raus. Nee, dann so schlägst du mich wenigstens nicht. So, das war's. Ich kick dich. Wir kick mit. Kick. Julian. Fuck. So heißt du nicht mehr. Sag mir, wie heißt du? Ah. Julian, geh aus dem Crate raus. Will ich doch schon. Oh, okay. Ich bin schon die ganze Zeit. Fick dich, ich hab's nicht gesehen. Alter, du wirst mich verarschen, oder? Ist in Ordnung? Komm, lass mich wieder drauf. Okay, ich mach den Server aus. Hä, ich mach doch schon. Ich bin nicht so schnell im Tippen. Das wird üble Konsequenzen für dich haben, Julian. Kannst du mal jetzt bitte aufhören? Nein. Du schlägst dich ja immer. Ja. Wow, wie schlimm. Ja. Das wird mal trollen. Ja, aber ich war schon so weit immer. So weit? Du warst am Zweiten. Dort war ich schon die ganze Zeit, wo du bist. Wo bist du denn? Hier oben. Oh, nee, da war ich nicht. Ich wollt grad sagen, so gut bist du nicht. Ja, ja. Tut mir leid, aber ich sag nur die Wahrheit. Du bist so ein Noob, ne? Ja. Deswegen hab ich's auch geschafft. Kannst du nicht mal kacken. Ich kann kacken. Das beweise ich mehrmals, äh, beweise ich täglich. Okay, ab und zu täglich. Gibt es Tage, wo du nicht kackst? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Manchmal hab ich, was? Oh mein Gott. Kackst du zweimal am Tag? Ein bis zwei Mal. Alter, das ist unnormal. Nein. Doch, normale Menschen kacken ein... Ein bis zwei Mal in zwei... Nee, kacken ein... Mal in zwei Tagen. Nein? Doch. Doch. Meine Mutti hat mich früher zu oft aufs Zöpfchen gesteckt. Das glaub ich dir. Alter, auch so ne Scheißzulabern. Du sag... Du redest, ne Mutter hat mich früher zu oft aufs Zöpfchen gesteckt, sag ich. Kann ich nicht glauben und auch so Scheißzulabern. Bist du behindert oder so? Nee, aber der PC war da sch... Alter. Everyday am Schaff... Ich hab... Ich hab... Ich hab immer 20 FPS. Scheiße. Scheiße. Ey Julian. Soll ich auf dich warten? Machst du schon weiter oder was? Nein. Nein, das ist ja gut. Nein. Du machst ja weiter. Nein, ich bin noch über dir. Ey, eben warst du noch auf der anderen Seite. Ja, ich hab mir die Challenge einmal angeguckt. Nur ein Pro kann mit so einer Framerate überhaupt spielen. Erschwerte Bedingungen. Nein. Ich weiß schon, dass Gold brennen kann. Gold kann schmelzen. Er kann es. Nein, kann es nicht. Stell vor, alle Gegenstände, die mit Feuer angezündet werden könnten schmelzen. Lava. Ja, zu Lava werden. Alter. Und eigentlich die Lavaquellen. Alter. Nee, das ist mies. Mh. Mh. Ich bin Feuer, Lord Usai. Ich bin Feuer, Lord Usai. Ich bin Feuer, Lord Usai. Es calf. Ziner. Also,ge Around salabere ich mir diese F Ich bin Feuer, oberstatt." Vielen Dank.